Willkommen zurück aus der Off-Season. Wir sind hier wieder im Strandkorb und wir analysieren heute eine weitere Szene aus dem ersten Heimspiel von dir als Head Coach, auch gegen Kralsheim. Und wie ich finde, eine der schönsten Szenen aus unseren Heimspielen. Aber bevor wir uns die anschauen, möchte ich erst mal was zu Lukas fragen, der ja auch eine wichtige Rolle in diesem Play spielt. Kannst du uns vielleicht mal verraten, was Lukas Rolle im Team war und ob sich da was verändert hat, seitdem du Head Coach warst? Ja, zu Lukas muss man eine Sache auf jeden Fall immer wissen. Wenn du durch die Bank die Spieler in der Mannschaft gefragt hast, mit wem willst du am liebsten zusammenspielen, dann sagt eigentlich jeder Lukas, fast ohne Ausnahme. Beliebter also. Ein beliebter Spieler, sowohl abseits des Feldes als auch auf dem Feld. Er ist jemand, der, ja ich kann mich gar nicht daran erinnern, also klar Lukas hat auch mal seine Wehwehchen, hat sich auch verletzt gehabt, aber sonst ist er einfach immer da gewesen. Er ist jemand, der unglaublich hart arbeitet, der immer versucht das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Also auch für einen Trainer, ein sehr sehr angenehmer Spieler und dazu dann eben ausgestattet, wirklich mit einem erstaunlich, also überdurchschnittlichen Basketball IQ einfach. Also jemand, der das Spiel verstanden hat, der viel Ahnung auch von Taktik hat, der natürlich selber auch schon auf einem hohen Niveau in der Bundesliga in Braunschweig gespielt hat. Und ja, also ein toller Mitspieler, abseits des Feldes, auf dem Spielfeld für Spieler und für Trainer gleichermaßen. Und hat sich was verändert noch in der Phase, als du dann übernommen hast? Also Lukas ist ein Spieler, der einfach viel, der braucht viel Selbstvertrauen. Ich hätte mir manchmal gewünscht, wir haben da auch immer viel drüber gesprochen, dass er einfach sich Situationen nimmt, dass er ein bisschen selbstbewusster agiert, dass er auch aggressiver, vor allen Dingen offensiv auch agiert. Defensiv kann man ihm eigentlich nie einen Vorwurf machen. Aber er ist das jemand, der braucht das auch von außen, der braucht das Vertrauen vom Trainer, der braucht vor allen Dingen auch das Vertrauen von seinen Mitspielern. Und das macht ihn dann wirklich besser. Er hat viel Spielzeit dann bekommen, er hat viele Möglichkeiten gehabt, er war für mich, ich wusste immer, wenn ich Stabilität brauchte im Feld, dann bringe ich Lukas rein, weil er hat so eine für alle beruhigende Wirkung dann im Spiel. Und ich glaube, das hat ihm gut getan, einfach auch das zu wissen, was seine Rolle ist. Und deswegen hat er dann mehr Fahrt aufgenommen. Also er hat wirklich gute Spiele für uns gemacht, Spiele, die er uns auch mitgewonnen hat dann, muss man wirklich sagen. Nicht immer das, was man auf dem Statistikbogen sieht, es ist nicht immer so, dass dann Lukas und da stehen 15 Punkte und irgendwie 6 Rebounds, aber es sind viele Dinge, die er macht, die eben da nicht stehen, die so zwischen den Zeilen passieren, die aber Trainer sehr wohl sehen und auch Mitspieler sehen. Ja, und die Szene schauen wir uns jetzt mal an, die ist wie gesagt sehr schön. Und ich würde fast sagen, dass es ein Zauberpass ist, der hätte auch gut daneben sein können, aber Lukas verwandelt diesen Pass wirklich. Wir schauen mal rein. Ja, wir haben das jetzt hier, wir hatten ja letzte Woche auch schon mal Kreisheim drüber gesprochen, wir wollten sehr schnell spielen, wir wollten einfach spielen. Und das ist jetzt eine Sache, beim letzten Play war das so, da hatten wir die Struktur, da war sie sehr gut mit den Leuten, die außen gelaufen sind. Hier ist es jetzt vor allem das Tempo, was gut ist, was man wirklich sieht. Lukas passt den Ball schnell nach vorne. Mir ist immer lieber, man passt den Ball nach vorne, weil der Pass ist immer schneller als das Dribbeln selber. Aber immer wenn du kannst, dann passt den Ball nach vorne. Und jetzt sieht man, dass die beiden Verteidiger eigentlich sind, ist die Defense gut aufgematcht erstmal gegen Lars und Lukas. Also das ist jetzt gar nicht so unbedingt, wir haben jetzt keinen Vorteil in dem Sinne. Lukas passt den Ball, Lukas cuttet jetzt und wenn man Lukas kennt, dann weiß man, Lukas cuttet jetzt nicht unbedingt, um den Ball zu bekommen, sondern Lukas cuttet, um was möglich zu machen, um Bewegung zu haben, um die Verteidigung zu bewegen und auch um den Spielfluss einfach aufrecht zu halten. Lars hat jetzt ein bisschen eine andere Idee, der gibt ihm den Ball jetzt trotzdem und Lukas muss jetzt wirklich auf engstem Raum. Es ist eigentlich keine gute Situation, in der er jetzt gerade ist, aber er durch seine individuelle Klasse und durch seine Fußarbeit löst er das jetzt wirklich dann auf spektakuläre Art und Weise. Der mit der Drehung hat dann den Blick für Greg, der auf der anderen Seite frei steht. Und ja, bei Greg war klar einer unserer besten Schützen. Dem habe ich immer gesagt, wenn du nach vorne läufst, du bekommst den Ball, du hast einen guten Blick auf den Korb, dann lass den Ball fliegen, wir wollen das. Das ist deine große Stärke. Also im Nachhinein macht Lukas das zu einem absolut spektakulären Play. Es hätte genauso gut ein Play werden können, wo er den Ball bekommt, in einen reinläuft. Es wäre ein Offensiv-Faul geworden und wir hätten alle total bescheuert ausgesehen. Aber auch durch, da sieht man auch individuelle Klasse, zeigt sich dann auf dem Spielfeld auch und dann werden auch Situationen, die vielleicht gar nicht so gut sind, solche sehr, sehr schönen Aktionen. Also schnell gespielt, offener Reihe für Greg. Perfekt, so soll es sein. Wunderschönes Play. Das nächste Play schauen wir uns dann nächstes Mal an. Danke fürs Zugucken bei Benkas Beste.